hey wo leute hier sind wir mal wieder bei einer runde smash wieder mit der marie hallo ja wir müssen noch neun sekunden warten bis das ding anfängt und wir spielen gegen das spielkind dieser wird die wiese einfach auf den hofen und du findest diese sachen die ganze werfen das ist mehr schon mal gespielt das ist mehr schon mal gespielt ne noch gar nicht oh gott ich war ganz oben wieso untergefallen ja was muss ich denn machen mich angreifen ah ich brenne warum brenne ich weil ich dich warum sterbe ich nicht wenn ich brenne weil hier kriegst du prozent und desto mehr prozent du hast desto leichter kannst weggeschlagen werden die habe ich doch weg wow was war das hier wo bist denn du hingeflogen keine ahnung was war das ups ich hab das kaputt gemacht alter was war los ich finde ich mag diesen spiel mal das ist echt geil ich check es immer noch nicht also du hast 3 leben und du musst versuchen dir einen anderen gegner in dem fall mich zu bekämpfen wo bin ich denn hier geh doch weg ich hab was zum essen ich schlag dich mit fleisch echt ich weiß wenn du sprengst und doppelsprung und dann ähm wie heißen shift shift drückst dann haust du ordentlich rein wow ok dafür kannst du aber keinen doppelsprung finden bis der EP-Walken dich aufgelöst hat ah alter was ist denn los st bisschen laut ne der darfst du halt nicht gegenlaufen ja toll rubi ist du da willst du jetzt mal sterben einfach mal sterben was nein ich will nicht sterben lass mich in ruhe stirb jetzt los du bist gemein ich werd grad angerufen und ich hab da hinten auf vibrieren ich hoffe da schlafen wir jetzt wo bist du oh mein gott ah stirb jetzt nein ich schlaf dich mit fleisch grad wie viel patient hab ich denn schon 300 warum fliegst du auch schon oh tot so kannst du mich gleich töten weil ich jetzt grad schreiben muss das ist ja schön ups jetzt sendet das nicht ab man dieses das das ist gemein wenn du das blöde schwert hast sonst hast du es nicht mehr oh 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 ich bin schon wieder tot so und ich mach mal ganz kurz den cut weil ich ganz kurz den 10 da sind wir wieder und das geht weiter die muss einsammeln hinter dir du bist so fies du bist so fies es ist doch unglaublich bist du tot? nein mit deiner blöden Arme komm hau doch ab guck mal was ich damit machen kann hm sag kannst du nicht boi bam nein komm schon hey du bist tot ey 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 komm von oben geh weg stirb ich will jetzt sie verlieren ne ich bin jetzt neiiiin du hast doch noch gesprungen wenn du fliegst du bist echt jetzt du hast immer noch gesprungen an und irgendwie bist du gekommen sag es doch gleich oh mann oh mann oh mann dann gehen wir mal gleich in der Anschlussrunde ja und dafür nicht die Aufnahmen unterbrechen ok und dann ja musst du erstmal telefonieren 1,2 Minuten na mal ein paar Minuten okay so ähm quidmatch ne wir können hier drin bleiben das ist ja hier drin das finde ich cool und dann muss ich mal langsam nach Musik gucken die lizenzfrei ist dann wird man gesperrt auf YouTube haha ja na das ist echt bisschen blöd man macht ja nichts böses mit der und lass erstmal den Typ den Hund töten wo bist du denn? ähm ich verstecke mich komm ruhig her hi na geh weg hab ich dich getroffen wo bist denn du? ach da ja geh doch weg geh doch weg warum? naa komm mal runter warum macht das Spielkind da eigentlich nichts? der ist afk der ist afk ja warum ist er dann überhaupt da? weiß doch nicht vielleicht dachte er sich ja ich spiele auch mal ne Runde aber dann hat sein Kind geschrien oder so wie weiß ich was das heißt das ist ein Pokéball ja geh weg wow ha 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 ich bin 10m weg und dann du musst auf die Druckplatte hier gehen ja ja dir trau ich gar nicht mehr ich bin aber auch gleich DAAAAA NEEEEIN Oh Gott. Weihnacht stinkst. Ich bin mal mit deinem blöden Bogen. Ich mag den. Ich nicht. Dann sterb ich immer. Wo bist du denn? Ach da. Ja, ich weiß. Gleich nochmal. Los, nochmal. Toll! Oh Mann, ich wollte gerade den Pokéball aufheben und dann ist er weggegangen. Wow, das ist ja offen. Sag das doch. Nein. Wo bist du denn? Normalerweise schlage ich ja keine Frauen, aber hier ist ein besonderer Fall. Ja, ja. Das sagen sie alle. Hä, du bist ganz schön hartnäckig, weißt du das? Ja. Muss man ja. Ja. Und wie gefällt dir der Spielmodus bis jetzt? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung sagst du? Ne, ist schon cool. Mit mehr Spielern, äh, wenn du mehr anlust, dann... Ja, okay, das glaub ich. Weil du ja mit vier Spielern hier in dieser kleinen Arena bist. Ist schon ordentlich lustig. Verfolgst du mich? Ja. Warum? Ähm, weiß kann. Was ist da oben? Ein halbes Hähnchen essen. Hm? Ich würde die Granate fragen mich, warum du da unten bist. Komm hinter dir. Haha, hat dir nichts gebracht. Da ist sicher noch ein Hähnchen hier oben. Vielleicht kommst du ja irgendwann hoch. Ich hab mir gerade ein Pikmin für uns vorbereitet. Ah, das ist ja süß. Boom! Nein, ich sterbe! Du kannst ja noch einen Doppelsprung machen. Ja, ich hab's wissen. Aber zu spät. Egal. Geh doch weg! Was ist denn los mit dir? Ich bin hyperaktiv. Okay. Ich hoffe, du kannst mir noch einmal verzeihen. Hm, ja, geht so. Ja, ist okay. Ist gut! Das nicht! Oh Mann! Wie kommt das rüber? In einem Bewerbungsgespräch. Was machen sie in ihrer Freizeit? Ja, ich spiel gerne Minecraft und verprügeln Brau. Geil! Was ist das? Wow! Okay. Wow! Das ist einfach neu! Nein! Nein! Komm schon! Natürlich! Schön gemacht! Der muss ihn mir schon selber auf die Schulter klopfen. Wow! Bist du jetzt auch tot? Nein! Nein! Wo bist du? Da warst du! Geh weg! Ich hab Angst! Ich hab Zucker! Und ich schone nicht damit es genutzt! Oh mein Gott! Ich liebe die Säme! Wow! Ja, toll! Boah! Was machst du denn? Oh Mann! Scheiße! Oh nein! Wir hängen noch eine Runde dran. Das ist mein Embiobock! Okay! So, aber in einer anderen Map, okay? Challenge Map! Drück auf Challenge Map hier! Mhm! Seht irgendwas? Äh... This feature is only available for a party match! Okay, gut! Dann mach mal... Ah! Ja! Automatch hier! Kommst du? Ja! Gut, um, 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 um... Um, um, um... Hier unten! In Lobby! Atrium! Wo bist du? Hier! Hinter dir! Ah, da! Hier! Ja, ich bin da! Gut! Hier rein! Atrium! Irgendwie passiert hier nichts! Okay, komm wieder raus! Ja, irgendwie! Ja, Outmatch! Ja, nein! Scheint wohl kaputt zu sein! Wie bist du schon? Ich bin wieder da, wo die Schilder sind! Dann starte ich jetzt mal eine... Nein, das ist... So! Zurück mir! In der Arena! Okay! So, keiner schäu'n! Die suchen wir gegen andere! Ja! Ja! La 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 la! Wow! Hier kann man ordentlich abgehen, ne? Und her springen! Wahnsinn! Ja! Ja! Ich glaube, du mögen das Frauen immer! Das ist so nice! Und ich filme es und stelle es dann auf YouTube! Ah, okay! Geh doch weg! Warum? Weiß nicht! Ich mag dich doch gerne berühren mit der... mit dieser Faust! Ja! Okay! Da ist Lava! Ich höre Lava! Oh nein! Ich werde zu ster... Wow! Hallo! Nein! Was machst du denn? Ich habe versucht rauszuspringeln! Geh weg! Ich habe irgendwas genommen! Du hast nicht irgendwas genommen! Also ich meine jetzt... Hier im Spiel! Der ist noch gewohnt angeschmissen! Ja, ja! Sin! Der... Beschenkt dich hier! Oh ja! Geh weg! Wow! Nein, 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 nein! Hilfe! Das ist cool! Denn sagst du schon! Tch. Vielen Dank. Jetzt stört doch! Echt? Ich angel dich. Aber ich bin schon mal gestorben. Das hört sich ja genauso gut an. Ich muss angeln. Hm? Woah! Los! Los! Nein! Woah! Ich bin gestorben. Ja! Flippeln, Boateng. Aha. Warum soll das sein, ne? Woa! Oh mein Gott! Das ist ein komisches Ding. Oh, ich habs die Dinge. Was sind wir hier? Hier! Ja! Nein! Ich dachte jetzt schon... Ach! Ich krieg's nicht so weit tot. Ja, ich merk's schon. Geh weg! Los, sterb doch endlich mal! Warum? Weil ich auch mal gewinnen will! Los! Oh nein! Geh weg! Alter! Das ist doch nicht wert! Du kannst dich da immer raus retten und ich bin einfach zu blöd dazu und das ist doch echt unglaublich! Ja, das kommt mit der Übung! Ja, das kommt mit der Übung! Oh toll! Oh nein! Oh nein! Krass! Oh nein! Ich bin schon dreimal gestorben! Oh kaum! Ich bin schon mal mit der Übung! So, dann beenden wir jetzt auch mal die Aufnahme und sehen uns im nächsten Tag! Auf Wiedersehen, Leute! Und bis bald! Oh nein! Oh nein! Doch, doch, doch!